hallo meine pokofreunden und pokenenden willkommen zu einer weiteren folge minecraft in der letzten folge habt ihr eine kleine zeitreife gesehen wo ich ein bisschen kiss gefarbt habe jetzt habe ich es offscreen ja jetzt habe ich es offscreen gemacht ich habe ihr gesehen ich hatte einen stack jetzt habe ich hier einen stack und jetzt kraft ich mir eben die pfeile und darf das nicht denn das zu schlecht stimmt ich habe keine ich habe nicht genug also nicht geeignet was hast du nicht genug nichts ist jetzt noch mehr hütchen obergen leute wie viel wird haben oh mein gott jetzt ich habe es 12345 stexte durch diese 49 okay das 5-2 sind drin hat es geht eben zu lehrer eine hülle ich bekomme eineinhalb sechs okay ja wieso baust du hier was hin okay ich habe mich mal was hier doch hier einfach bei unserem verzauberungsort da hast du ja einfach holz platziert ach so ja ich habe überlegt wie ich den eingang dort machen kann und dann lehren und sagen muss ich weiß den hast du ja warum ich gerade eisen farme dafür müssten du regst mich sowas von auf mir muss post werden ich weiß leute post beim ist aussie aber und ich weiß leute das sieht ein bisschen schietet aus mit dem flint stone das ich gerade hatte wir hatten dann eine halbe stunde daran gesessen und das zu sammeln ja ich habe ja auch gesehen zeitraffer also man könnte es auch sehen ich hätte dann noch so ein steak habe ich erst mal lernen gegeben aber da auch kein bock dazu erst mal soll ich ja nicht kommen eben runter mit meiner wunderschönen treppe die ich hier oben abgebaut habe damit man nicht die ganze zeit sich dran stößt ja weil es tut aua aua eine gott und eigentlich binne kann zu mir jetzt direkt legt ist ein bisschen weil es alles hier ändern muss habe ich neu steinschwert gemacht und wenn es wieder ein ritter steinschwert für mich auch oh gott das nennen leute ich dachte dass wir in augen nein ich habe nur den emerald geholt weil er wir brauchen keine ember hier ist ja mein in die anführungsstrichen safe ray hat der gesehen eine folge ich da runter gesprungen bin hier an dieser stelle einfach halt einfach hier lang gehen sollen und boom magic hast du hier ist der spinnenspawner der ist aber die stolke nein nein ich habe den ausgeleuchtet lasst ihn aber so was wenn die hell können level fahren machen weiß wie das geht man muss hier überall so blöcke platzieren und dann wasser dann fliegen die runter wenn die sporen dann sind die halt im wahren wasser da unten bei dir ist ein zombie und ich möchte runterkommen also das weiß nicht ja komm leon schaust du oder ich mach den einfach stein axt aber sache leut zombie armee gehen die laba o leon 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 wir werden auch wir werden angegriffen die armee aber leon 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 ich geh ich danke hier ich lenk mal weg mein neiner hat richtig geile rüstung die will ich haben der hier fuck fuck leon naja keine rumgebetroft da ist noch einer was mit euch schluss leute gibt es irgendwo noch ein zombies mein schwertes kaputt leon da hinten ist erstens noch ein creeper und ist zweitens ich glaube hier ist irgendwo noch ein zombies bauen aber das kann so nicht weitergehen ich habe lapis gefunden wir brauchen lapis ich leute zu mir in eisenbahnen gedroppt geil ich weiß nicht schießen wir ab hat mich schmeckt ja mal treff halt nicht gut bräuchern ich habe so viele freunde kann ich alles verschwenden bis zum endboss ich sag mal nicht mal ein weiß warum wir hier sind nein leon leon pass auf da ist ein nein da ist ein zombie mit einer eisenschoffel um die anfangs messen geben ich habe nichts bitteschön ich habe die ersten beiden ach danke leuk und was schweine für den hier und aus der fahrt kurz getötet die man ja nicht stolz auf dich kurz marvins schwein hardcore leon kann die zahl um einen leon als nächstes benenne ich ein schweinefleischstück um in den kurzen nein bitte nicht aber es war schon witzig aber leon wollen wir uns nach ganz oben zur schlucht bauen das hätte doch was oder nicht oh gott du mir mal hilfst wo bist ja geh halt ohne mich dorthin wie bist du da hochgekommen ich habe keine glücke digga sagt er und baut sich gerade jolo hey zombies ja dahin nicht vom zombie leon hast du fackeln ich habe keine kohle mehr ich sehe nichts aber weißt du was du ähm ja ich muss was essen leute 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 ja genau geh halt weg ich habe nicht meine wasse hallo ist ja oben irgendjemand hier ist gold loll was ist da das uns gelät leon könnte gerne mal kommen wenn du so bock hast ne hast du bogen ja aber der macht mich trotzdem angst ich hätte machen mir immer angst oh ich misse es jetzt hier ist kohle leon unsere rettung kohle hier ist so viel kohle alter ich brauche sofort alles ab dekker kohle leute jetzt könnt ihr einfach ein bisschen zu tun das wäre kohle was ganz helfen ist ok für ihr zu nur für den moment ok ok los kohle leute wir haben kohle gefunden ich schwöre ist so richtig selten kohle dekker ich freue mich ganz so richtig habt ihr gut mit geschaut spielt ja ok danke das geld kriegt der in fünf jahren ok gut nach fünf jahren schreibt mir bestimmt so niemand in kommentar du hast du für fünf jahren besprochen uns geld zu geben hier ist noch mehr kohle leute ich bin halt auf diamant höhe fühlte ich jetzt gut oder wie sagt sie dass wir da war dann mal weg gehen weißt was so fucking fuck die fuck die boah der mit der zombie mich erschrocken leute wir sind so gut equipped wir brauchen eigentlich keine angst mehr haben von monstern weil wir sind halt so gut equipped und wie habe ich schon erwähnt dass wir so gut equipped sind achso ich habe keine waffe mehr ne cool ja also ich kämpfe jetzt ab jetzt mit raus ja ohne milch das gibt doch nicht Leon das das gibt doch nicht mach ich halt noch dunkler ne ich wollte erstmal die ganze kohle die wir finden weil das ist das ist selten leute ja das ist selten oh ich habe keine hose mehr die kohle kohle leute Mike ich habe keine hose mehr äh ja ich habe keinen helmen mehr also guck jetzt ja aber auf der hose war ja ich werde jetzt so krass schaden nehmen durchs gelette ja komm zurück ich kann grad nicht ich muss eben die kohle abbauen weil das ist unser lebensziel und ich habe gerade ruckler wenn ich den begegnener kommt dann bin ich down ja jetzt gehts glaube ich danke Leon dass du das wasser nicht gestoppt hast das ist sehr sehr nett von dir muss ich jetzt die ganze tricksarbeit machen ach Leon dein Ernst stoppst aber auch gar nichts was licht hier sind wir denn hier Lull krieg mal hier durch danke so die fucken da ist Eisen hat Leon übersehen voll assi dir das kleine assi ich weiß gar nicht hier können wir tragen gut äh es ist mein Name vielleicht nein ich bock hat reds was machen wir eigentlich wenn wir diamanten finden dann äh greich greich gröl ausflipp was greich gröl ausflipp was würdest du mal sagen wenn ich jetzt Dias gefunden hätte greich gröl ausflipp Leon hast du Dias gefunden nein du Spass aber ein Creeper ja wow den Creeper der interessiert mich einen feuchten Wurz weißt du Boots Säus das ganze Wasser weg geil oder hier sind wir wirklich keine Dias an der Oberfläche ach Leon in Hardcore gibt es einfach keine Dias mehr ja das waren die einzigsten Dias und wie und die die letzten Dias die wir noch haben den können wir einfach mit einem äh Plattenspieler verschwenden haben wir überhaupt noch ein Dias ja den hab ich in meinem Eventar seit ein paar Folgen seitdem du mir ihn gegeben hast ich dachte wir haben wir haben doch gar kein mehr in unseren Truhen hä Leon wo bist du hier ist einfach nur noch ein Stück Eisen und das war's ich muss mich mal zu TTIP zu TTIP nein dann hätten wir strafen sterb ich sterb ich ne ich sterb nicht ja und wo bist du ey ohne Scheiß ich würd ganz normal mit dir farmen gehen ganz gechillt easy-teasy äh ja da unten hab ich das da sah ich sehn den Namen ich renne und ich hab legs weil die Welt auch laden muss ich würd mal ach da hinten bist du hey oh schlapp oh schlapp voila merkst du hier bitte den Weg ich hab ihn mir nicht gemerkt oh Gott oh Gott Hilfe 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 wer die Zombie ich hörs mhm Leon ich werd von zwei Zombies attackiert auf einmal Leon die machen nicht die machen nicht wenig die machen nicht wenig die hab ich runtergekickt Leon Leon jetzt hab ich wieder Angst jetzt hab ich Angst oh gosh oh gosh oh gosh ich ruckel ich ruckel scheiß ich komme oh Gott hä ich bin jetzt wieder in der einen Schlucht bist du unten reingegangen zack eingebaut ich seh dich eingebaut eingebaut ich komm grad wirklich nichts gegen die Zombie zu tun ohne scheiß tut mir leid ey tut mir leid ich hab grad richtig geruckelt als die da waren das nervt au alter ich kann mich mal raus ne wenn du jetzt die Trill reinkommst dann ist das war es mit unserem Projekt ja Mike so komm nein da hoch nein Mike wo gehst du hin hier hoch komm hier hoch jetzt kommt der wir wollen wir hier wieder raus ja Leon hier sind irgendwie so 10.000 Zombies mindestens ich bin wieder oben also ich weiß nicht was du vor hast ne ok jetzt komm mit komm einfach mit ihm warte hier nicht eisen eisen ist wichtig schwindel ja wo ach da warte bogen raus nehmen uns zack und zack und zack und zack und sack und leon du bist 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 du krieg nicht okay dann ist gut und wir sind wirklich dann ja ein black screen okay jetzt geht's wieder ab alles danke danke noch was ist richtig viel kohle der mich hatte die hülle wir richtig klein über die höhle es wird mein gang ist für den arsch ist leon keys brauchen wir nicht mehr die feine die wir haben dieses reich für das ganze projekt zumindest ich hoffe ich das ja danke fürs runterschubsen sehr sehr lieb ich werde abschuten ich hatte gerade weltprobleme die weg die dg ach hast du alles leon die weg jedoch weg man lasst mir auch mal ein paar pfeile zum schießen da ohne witz ich will mal was schießen hier muss ich gleich pfeile geben die kusagen und gesengen von spes können wir hier zum weg gehen jemand ich will eisen hast du 21 hier ist noch mehr was kann richtig gelegt wo ich sehe da nichts so ich baue ihm die eisen die eisen gute deutsch mark die eisen joda mein deutschlehrer die gutes internet vor allem wir haben deutschlehrer ne mike grüße gehen raus ich habe nur eine sekunde gebrannt das ist so wenn man nur ganz kurz berührt das hast du auch mal erwähnt und mir war auch leon hast du erst ich habe nichts mehr ich verhungere und schieten wir dann ist einfach die betaten wo auch wenn der britische wer stimmt das ich habe hier voll viel fleisch gegeben kepper kepper leon ich will mich ausloggen ich habe angst was ist mit au was ist gerade wieso ist da gerade was ich einmal mit der faust geschlagen kepper zu geht alles ich habe dich einmal mit der faust geschlagen und zu schauen ob du leckst ok weil ich befolge dich eben immer weg ich will ich will anleuchten hier ist nichts mehr nein aber mach ja lichter mit weil dann brauche ich aber ein bisschen kohle ab heute und in der nächsten folge werden wir einfach so viel fahren dass wir nie wieder fahren müssen in den nieder gehen und danach endlich zum endboss kommen dann ist das projekt zuerst mal den rüber besiegen dann zum endboss auch und wir müssen 10.000 endermann noch besiegen sonst kommen wir nirgends wohin erst mal 10.000 würde ich jetzt nicht sagen ja gut ich würde mal sagen so mindestens zehn mindestens ich brauche mir mal gemischt mir bitte es ich habe nichts aber doch da steak ich hab dir extra noch steak und schweinefleisch gegeben ja das ich habe ich nicht gesehen gut hä wo bist du da oben jetzt fast ein steak ja wo bist du ich komme jetzt sofort zurück ja ich habe grafikfehler soll ich du musst einfach nur kurz einmal f5 drücken dann geht es wieder frei war der f5 du musst einmal durchgehend ich hab dich doch nicht f5 ja also deine perspektive wechseln wo was da da unten nur loser nein jolo mode ich bin da extra runtergelaufen ja warte ich baue ne treppe danke wenn ihr es schafft leute es erinnert mich irgendwie an meinen wagen ich hab noch mehr gefunden die hast du wirst wir haben keine die ist ich kann den text nicht das hat singen ich ja warum man hier das eisen hat wenn du dich traust leon lassen die slimes töten wir brauchen wir brauchen den shit die die droppen ja okay komm ich helfe ich jetzt nicht nein das ist die beste technik in baby zombies wasser und dann brust und mann ich will auch mal meinen bogen benutzen gleich hast du keine pfeile mehr und dann bist du ach leon ich muss immer eine pfeile geben warte bleib stehen bleib stehen hier nimm das und dann mit dir und dann hier nimm einfach das ist alles dein sitzt ich hab kein platz mehr im inventar dann gibt hier leon hat die einfach richtig viel eisen übersehen cool mein kannst du noch holz dabei nein hast du wirklich keins ich hab halt nichts zu kämpfen er hat ja letzte folge gefahren das ist alles durch sticks weg gegangen weil ich dachte ich könnte mir so können in den ganzen fallen und so weiter ooooh skeletti was du kannst kann ich auch bad was und die habe ich keine angst mehr komm her auch schon tot leon o gott ich habe ein slime gesehen da oben o gott leon da oben ist ein slime kommt ja ja da kommt nicht kann ich kann man nicht bauen ein bisschen frei möchte ich nicht kommen doch ein hallo hallo mein freund wie geht's dir so das ist ein riesengroßer der wird kein schaden er hat mich bis jetzt noch gar ich gehütet die kleinen mal ich nie sie wird mir gerne o gott er macht ein herz schaden aber die kleinen machen glaube ich kein schaden mehr oder ich habe eine enderperle benutzt will ich komplett leon du bist ein stück das hast du nicht wirklich hast du es wirklich getan ich habe aber noch zwei leon ich habe 14 das ist das verliebende leon wo bist du wo bist du das eisen aber juckt mich nicht ich komme hä wo bist du da unten oder wie ich bin runter gegangen ja ja diesen spenden diesen spenden und normale oder das ist nur normale beides ist mir geil leon die machen mir angst sie sind eklig mit ihren gummeln hat ich brauche die dias eben ab zeig im chat zeig im chat was die dias die deutsche speculation die lj fammeln hat ich versuche ich versuche zu kommen und ich nenne gar nicht diese 25 herzen bin ich doof okay ich destroy ich glaube es sind sechs oder sieben wasSA dann sagt er mir nichts 1 2 3 wollte ich komme bist du nur 40 leon alter höre ich sie abzuschließen alles muss gar nicht mehr stück ja ich hab dich außerdem getroffen sorry nur aber meint weiß was ich jetzt machen kann etwas schon kommen wir zurück kommen wir zurück die zweite dia spitzacke ein schau mal schau mal du warst jetzt keine dia hake ja sonst hast du dich nein mani ich hatte keinen tatplatz mehr so leute dann würde ich sagen das war es mit der folge wir haben noch mal dias gefunden ist noch mein leben darf in meinem leben in meinem hardcore leben warte noch mal weiter schauen wir haben die folge ja gut viel spaß nur ich würde sagen leon wir brauchen holz und dann nachher hoch was hast du ja hier sind die gold hier ist gold leon kannst du mir bitte eine spitz abgegeben bitte komm mal her gib mir holz bitte ich habe nicht mehr holz kann ich habe nur sticks ich habe auch nur sticks ich habe über einste leute ich würde sagen ich soll die folge jetzt schon zu wendet ich glaube ich klären du meinst ja sein will wenn wichtig ich habe 14 krass aber was mache ich damit das kann man noch mal machen ich hatte mal irgendwas also satel oder sowas leine leine stimmt leiden kann man das kann mit klein kann man schleim bälle machen kannst du da war ich ja klar ja du leuchtest nicht aus alles was ausgeleuchtet ist da waren wir das mache ich immer die folge ist eigentlich schon beendet und da unten warst du auch ja gut da unten ist eh nichts da waren sie ja das war schon das war ein heiliger ort leon ich schwöre ich hätte nie gedacht dass wir noch er dies bekommen er ist ja mannschwerter entweder er letzte folge oder einfach vorhin gesagt das ist es schon das ist es schon war mit sind die es habe das kann ich sagen was für diese folge was wir haben nächste folge weiter immer wollen die direkt machen ja ja komm ich habe richtig bock also jetzt bänden was war das habe ich mit abgeschossen das war ich leon ach da bist du ein bisschen weg bogen mein helm hat ja ja also wir müssen jetzt hier weg ja wir haben uns nächste folge zu hause wieder würde ich sagen und kann die er sucht noch aus die jetzt also noch welche finden leon und ich würde sagen nächste von gefangen ja oh shit oh shit oh shit jung junger homie wozu komm mir und ich hab dann nichts gar nichts nichts aber wir wollen das waren und wenn sie gefallen hat die letzte positive wertung da wenn ihr mehr von mir sehen wollt dann lasst unbedingt ein abo da um nichts zu verpassen und die also die glocke um nichts zu lassen auch drei leute und tschüss